Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Frucht für Frucht, damit sie so bleiben, wie die Natur sie gibt, nämlich zart, saftig und gesund, denn die Pfirschen haben nebst den Aufbaustoffen auch viel Vitamine. Alle Pfirschen werden streng kontrolliert und verlesen, auf weichen Bürsten sorgfältig reinigt und schliesslich liebevoll verkaufsgerecht verpackt. Nur die Besten gehen sofort auf die Reise in die Schweiz. Ein solcher Camion bringt zwölf Tonnen Pfirschen und ist die ganze Nacht unterwegs. Und morgen sind sie schon da, die zarten, saftigen Pfirschen, und erst nur zu günstigen Tagespreisen. Denn das ist unser Prinzip, heute geärmtet und morgen in ihrem Kobladen. Eine echte Kobleistung. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Kob 4 tiefgekühlte Käsküchli Goldstarr statt 2,40 nur 1,90 Franken. Alle Viando-Dourwurstware, geschnitten und vakuumverpackt sind jetzt 15% günstiger. Und jede Sorte Kob-Joghurt kostet jetzt 10 Rappen weniger. 550 Gramm Inka-Room kostet bei Kob statt 8,90 nur 7,80 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, der Aprikosen-Cake statt 3,90 nur 2,80 Franken. Und ein Liter Kob-Pimbeere-Sirup statt 3,30 nur 2,75 Franken. Und als aktueller Preisschlager, eine bespielte Musikkassette kostet nur 5 Franken. Und das Triopac-Klärkassette Erasound für nur 5 Franken. Auf Wiedersehen!